Silky Gomboy! Diese Säge, ja die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Ich habe sie bestellt und heute ist sie angekommen und wir machen jetzt gleich einmal einen Test und wenn ihr das interessiert, dann bleibt dran. Hallo und willkommen, da ist der Raini Rotzmann von Survival Shop und schön, dass du bald bist. Da ist ja noch dieser Gomboy! Und ich mache jetzt sozusagen gleich einmal das Unboxing von dieser Geschichte und wir machen dann gleich einmal einen Sägentest. Ich habe ja schon sehr viele Silky Sägen und zwar den Katana Boy, den kleinen Katana Boy, den Mini, dann den Pocket Boy Klein, dann den größeren Pocket Boy, dann diese komische, wie heißt die, die was so gebogen ist, ich weiß gar nicht mehr, ich habe voll viel Sägen, ich habe ein bisschen, sag es aber niemanden weiter, ein bisschen Sägenvogel, also ein Sägentick und ja, so ist das ganz einfach. Okay, das ist einmal die Verpackung, da steht ein bisschen was drauf, ja passt, alles klar. Ich habe das Teil bei Knife & Tools, die eh bestellt. Ich bin ganz überrascht, dass das so schnell gekommen ist, ich bin ganz begeistert davon und da ist es nun, da ist auch so ein Ding dabei, also das könnte man, hm, ist das jetzt der Gürtelclip? Nein, das ist wahrscheinlich die Sicherung, dass das nicht aufgeht oder doch der Gürtelclip, aber dann fallen sie runter. Na ja, gut, aber wer braucht das sowas? Ja, das Zeug da, wer braucht das? Da ist ja der Combo! Yeah! Das ist jetzt diese nette Säge, die wollen wir dann, die werden sie dann gleich ausprobieren, ich will gar nicht so viel drüber jetzt quaseln. Die ist echt fett, sie liegt auch extrem gut in der Hand. Was ist das? Da ist der... Nein, aber das ist sicher ein... Das haben die da rein gebaut, ja, das ist aber nur... Ja, aber sonst hatte das keinen Sinn, weil sonst kriege ich die ja nicht rein. Entschuldige, wenn ich jetzt mit mir selber rede, das ist auch sehr spannend, wenn man mit sich selber redet. Man hat immer recht, man kriegt nie irgendwelche Widerworte praktisch, außer wenn die Schizophrenie doch ein bisschen weiter fortgeschritten ist dann, aber so weit bin ich noch nicht. So kann man es auch einstellen. Ja, super, dieses kleine Nuppel, was da drin war, das war anscheinend nur wirklich für den Transport gedacht. Jetzt kann man sie schön einpacken, sie ist angeschliffen für den Feuerstall. Ah, wir sägen gleich einmal was. So, da ist eine Heimbuche, ja, das ist auf jeden Fall eine Heimbuche. Heimbuche ist weich oder hartes Holz, weißt du das? Wenn du sagst ein voll weiches Holz, sag ich Daumen nach unten, wenn du sagst ein hartes Holz, dann sag ich Daumen nach oben. Aha, da fliegt gerade ein Flugzeug über mich drüber, naja, so ist die Welt. Und ein sehr, sehr hartes Holz, ja, super Brennholz, auch als Druckstück zum Feuerbohren gut zu gebrauchen, aber wenn dir das Thema Bäume interessiert, die Bestimmung, dann gebe ich da unten einen Link zu meinem Baum-Mentor-Programm, schau dir das einmal an und da lernst du ein ganzes Jahr lang alles, lieber Bäume, sie zu bestimmen und sie zu verwenden. Ach so, das siehst du nicht, Entschuldigung, aber jetzt. So, steppert. Sag mal so in Österreich. Ist gemeint, bist du wahnsinnig. So, jetzt muss ich dann nur aufpassen, dass man das auch nicht am Kopf halt oder dass oben was abbricht und nicht pfeilt. Das wäre echt super. Auf Video. Und irgendwann, weil der Baum so rüber geneigt ist, wird das vielleicht auch ins Zwicken anfangen. So. Okay. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das Teil ist so dick und richtig zäh. und wenn du wirklich weißt, was Heimbucher bedeutet, wirst du jetzt denken, reine, du bist da los. Ja, diese Flugzeuge. Achtung. Umfeld. Hahaha. War cool. Also das ist durchgegangen. Echt fett. Und zur Heimbuche, muss ich gleich dazu sagen, das ist eher ein hartes Holz und wirklich ein sehr zähes und auch dichtes Holz. Und der war auch schon relativ alt. Sieht man, dass die Baumringe ganz eng aneinander sind. Voll super. So. Dann sehen wir gleich noch einmal. Ich hoffe, das sieht man jetzt gut. Kamera fällt um. Alles hat ein bisschen improvisiert, weil ich mich so freue, dass ich das Teil gekriegt habe. Das ist der Fall. Es ist der Fall. Ja, das ist der Fall. Ja, genau. echt fett ist doch voll ja also ich muss sagen echt 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 toll echt fette sache und ich bin richtig begeistert ich bin ein bisschen ins schwitzen gekommen daher sind jetzt auch die gästen die stechmücken rund um mich und nageln mich hier ab ich weiß auch nicht was mit denen los ist aber egal das style ist echt super ich habe auch von silky nix anders erwartet aber was ich dazu sagen muss ist folgendes der ist ja länger dieser gamba ist länger als der pocketboy das merke ich schon aber er ist nicht schwerer und da habe ich mir gedacht woran kann das liegen und ich habe jetzt meinen pocketboy nicht da aber hier innen drinnen ist beim pocketboy wenn ich mich richtig erinnere ist auch noch einmal so eine metallschiene auf beiden seiten das scheint hier nicht der fall zu sein sondern da geht nur oben das metall anscheinend durch das heißt die haben einen gewichtsspaß und das finde ich super weil die ist länger und länger ist besser nicht immer und überall manchmal ist auch technik wichtig aber hier ist länge bei einer säge speziell wenn ich dadurch nicht mehr an gewicht hat vielleicht sogar noch ein bisschen leichter ist es auf jeden fall ein vorteil links zu dem produkt findest du und schau da an die technischen daten wenn du den combo noch nicht kennst und dir überlegte einen anzulegen zuzulegen also ich sage ein pocketboy denn nur den ganz kleinen ist klar selbst der ist extrem schwer ich werde mal ein vergleichsvideo machen das verspreche ich dir und ich werde ihn auch in den langzeit test nehmen ich finde nämlich echt top wirklich top und ich werde mal ein paar eisen fichten damit umschneiden und werde dir berichten also das finde ich echt echt toll weil ich jetzt schon den einen oder anderen kommentar höre und sagt ja aber das holz was du umschnitten hast das war ja tot was ist wenn man frisches holz nimmt ist richtig das macht sicher einen unterschied und das werde ich auch in dem test machen aber eines möchte ich noch sagen das holz von der heilbuche das ist kein pipifax holz und wenn du dir die ringe anschaust die sind relativ eng und auch insgesamt das ist ein verdrehtes holz also birken gewächs das ist echt fett und den fingernageltest kennst du ja wahrscheinlich dass man versucht mit dem fingernagel da so was rauszukriegen rauszupulen oder rein zu ritzen und wenn das gut geht wenn ich richtig mit fingernagel fast hin auseinander schneiden kann dann ist er weiches holz und wenn das nicht gut geht wenn man mein fingernagel nachher weh tut dann ist es ein hartes holz einfach so als idee solche dinge gibt es auch zum beispiel beim survival mentor link findest du unten bei dieser jahres survival ausbildung insgesamt eine feine sache muss ich echt sagen und jetzt ja jetzt wollen wir uns noch was anschauen ja ich habe hier ein bisschen eine birkenrinde von einem abgestorbenen ast gefunden und ja holen wir da jetzt die letzten reste das ist schon ziemlich hinüber ich hoffe dass das gut funktioniert bei der birkenrinde ist es ja wichtig dass man die ätherischen öle also die da der eingetarzt der erwartet sozusagen die in der rinde enthalten sind ein bisschen aufraut dass man die zum entzünden bringt das heißt von diesem gone boy aber ich glaube das ist bei allen so und das ist wirklich bei allen so ist der rücken der säge rücken etwas angeschliffen und ja gemeinsam mit einem feuerstahl dem man dann natürlich auch damit bedienen kann das ist jetzt der feuerstahl von meinem survival tool das ich vor kurz vorgestellt habe link dazu findest du hier an dieser stelle und das funktioniert natürlich toll damit das ist eine ganz feine sache und ich liebe die birkenrinde wie sie so riecht also dieser gone boy hat auch eine multifunktionalität nämlich dass man hinten die die den sägerücken verwenden kann zum aufrauen und zum bedienen vom feuerstahl das finde ich echt toll ja alles in allem eine wirklich geniale sache hat ein sehr langes sägeblatt sehr leicht leichter als die anderen pocket boy zum beispiel die deutlich kürzer sind oder auch dieser mini pocket boy kommt man irgendwie schwerer vor als der und da mit diesen mit dieser langen säge wirklich toll super verarbeitet wie man es von silky kennen hinten der klinge rücken also das sägerücken so fett dass man voll schön funken machen kann also das macht das macht wirklich wirklich spaß coole sache wie gesagt unten findest du den link zu knife and tools dort habe ich es her ist eine nette geschichte und ja ich werde es in den langzeittest nehmen und dann mal eine leise fichte umschneiden und dir ganz einfach berichten ich mag danke sagen mag dir auch um ein kommentar bitten was du von dieser säge hältst ja hast du sie warst du sie im vergleich zu den pocket boys erzähl uns ein bisschen was das wäre sehr sehr nett daumen nach oben mag ich die bitten ja link zu den zu den produkte und natürlich auch zu meinem findest du unten das ist ganz ganz klar auch den link zum survival und zum baum mentor wenn dir das interessiert aber wenn es das erste mal hier bist da geht es zum reini rossmann kräuter mentor programm kanal ein paar andere videos zum anschauen hat mich gefreut dass dabei warst und viel spaß beim sägen und beim feuer machen